Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar und Freitag TV, dem Gothaer Lokalfernsehen. Onno Eckert, der Landrat des Landkreises Gotha, ist heute bei uns zu Gast. Die Frage, besser gesagt das Thema, ist mit den Flüchtlingskosten für die Kommunen verbunden. In der vergangenen Woche gab es im Wartershausen einen Flüchtlingsgipfel. Den zweiten Flüchtlingsgipfel zwischen Kommunen, Landkreisen und der Thüringer Landesregierung, ich würde es mal so formulieren, Herr Eckert, herausgekommen ist nichts oder ist das überspitzt gesagt? Ich finde die Formulierung, dass nichts dabei herausgekommen ist, ist sehr treffsicher formuliert. Ich hörte aus dem Kreis der Teilnehmer auch Formulierungen wie vertane Lebenszeit. Sicherlich muss man sich ein bisschen die Frage stellen, was ist eigentlich die Erwartung an so einen Flüchtlingsgipfel und was kann dort eigentlich rauskommen? Also es gab ja auch in der Berichterstattung dazu die Frage, die Türen sind noch verschlossen, worauf man sich heute geeinigt hat. Es ging ja weder bei dem Flüchtlingsgipfel noch bei dem Thema insgesamt darum, dass wir uns mit der Landesregierung einigen, sondern es geht um eine ganz einfache Position. Die Landkreise und kreisfreien Städte üben eine staatliche Aufgabe aus. Wir erfüllen diese Aufgabe für den Freistaat. Und dann ergibt sich es aus der Landesverfassung, dass wir die dafür erforderlichen Kosten vom Land auch erstattet bekommen müssen. Das ist unsere Forderung. Die ist nicht verhandelbar. Und ja, das ist der Dissens, den wir nach dem Vorhaben haben. Welche Kosten handelt es sich denn dabei? Na, es sind eine kleine Reihe von Kosten. Es sind natürlich der große Brocken der Unterbringungskosten. Es gibt für die Gemeinschaftsunterkünfte so Fragen wie die Bewachungsdienstleistungen, die notwendig sind. Es geht um Sozialbetreuungskosten, es geht um so Dinge wie dieses etwas komisch genannte Taschengeld. Aber vor allem die Unterbringungskosten sind natürlich der größte Brocken, den wir aufbringen müssen. Und da muss man für uns eben auch festhalten, dass wir die Kapazitäten, die wir in der Vergangenheit geschaffen haben, auch teilweise schon lange als Landkreis vorhalten, dass die an eine Kapazitätsgrenze jetzt stoßen. Sie sind ausgelastet und wir müssten jetzt weitere Kapazitäten schaffen. Und dafür fehlt uns die Finanzierung. Und deshalb, letzten Satz dazu, vielleicht gehe ich da, kann ich als Landkreis oder ich als Landrat in der Verantwortung auch nicht sagen, wir nehmen jetzt kreisliches Geld in der Hand, weil das Geld, was wir ansonsten haben, ist das, was wir den Gemeinden über die Kreisumlage wegnehmen. Und das dürfen wir für diese Aufgabe nicht ausgeben. Dann ist es aber so, kann man mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer präzisieren, um wie viel Geld es da im Jahr geht für den Landkreis? Grob? Kann ich im Moment nicht ganz verlässlich bezeichnen. Okay. Aber, also, was man dazu sagen kann, sind ja zwei Perspektiven. Einmal die Frage, laufende Kosten, da schwebt uns vor, dass wir das entweder über eine auskömmliche Pauschale oder noch einfacher über eine Spitzabrechnung machen, dass wir also gegenüber dem Land geltend machen, welche Ausgaben haben wir gehabt und legen die Rechnung dem Land vor. Das andere ist die Frage, Schaffung von neuen Unterkunftskapazitäten. Da haben wir Planungen, da geht es beispielsweise in Größenordnung für 100 Plätze um die 3 bis 3,5 Millionen Euro und dafür braucht man eine Deckungszusage. Wenn wir die haben, können wir diese zusätzliche Kapazität schaffen. Kriegen wir die nicht, haben wir auch die Kapazität nicht. Das heißt, Sie sind am Rande dessen angekommen, was für den Landkreis im Augenblick lastbar ist? Naja, wir sind eigentlich nicht am Rande angekommen, sondern wir haben im Moment die Unterkunftskapazitätsgrenze erreicht. Ein ganz, ganz kleines bisschen Spielraum gibt es für die Möglichkeiten ukrainischer Geflüchteter, aber die anderen Gemeinschaftsunterkünfte sind voll und da können wir auch nicht mehr Kapazitäten nennenswert zur Verfügung stellen. Das habe ich dem Land ja jetzt auch kürzlich mitgeteilt. Im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels wurde im MDR bekannt, dass Sie einen Brief geschrieben haben an das Thüringer Landesverwaltungsamt. Was steht drin? Ich habe dem Thüringer Landesverwaltungsamt, die sind ja die verteilende Stelle, mitgeteilt, dass wir im Moment keine Kapazität zur Aufnahme von Geflüchteten. Gibt es schon eine Antwort? Ne, also das Schreiben ist ja relativ frisch noch, deshalb habe ich auch mit einer Antwort nicht gerechnet. Es ist auch gar keine Frage formuliert, sondern ich habe einen Fakt mitgeteilt. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, was sollte das Landesverwaltungsamt mir jetzt antworten? Trotzdem bleibt es natürlich spannend, wie jetzt die Kommunikation mit dem Land weitergehen wird dazu. Man hat sich die Situation ja vor allem auch durch den Krieg in der Ukraine verschärft. Der lässt sich kaum rückgängig machen, die Folgen auch nicht. Und stellt natürlich alle Kommunen in Deutschland vor eine große Herausforderung. Nun gab es ja einen Gipfel zwischen dem Bund und den Ländern vor einigen Tagen, besser gesagt vor zwei Wochen. Und mit dem Ergebnis, dass der Bund gibt eine Milliarde noch zusätzlich. Aber jeder weiß, Michael Prichzi hat das ja in meinem anderen Interview auch schon gegenüber diesem Sender betont, dass das nicht reichen würde. Und wissen alle, das Geld wird nicht reichen. Das Land sagt aber, Michael Prichzi, und da wird er sicherlich in Ihrem Namen sprechen, kann dann nicht so tun, als wäre es nicht in der Verantwortung. Den Kommunen, Landkreisen, kreisfreien Städten wäre es in der Regel egal, oder müsste es egal sein, wo das Geld herkommt. Sehen Sie es genauso? Also das ist ganz genau auch mein Wort, weil das war auch einer der Sätze, die ich beim ersten Flüchtlingsgipfel, den wir ja in Erfurt gehabt haben, vor sechs bis acht Wochen, der Landesregierung auch gesagt habe, ich stehe da irgendwie im Staatsverständnis solidarisch an der Seite des Freistaats, wenn der Freistaat gegenüber dem Bund die Forderung aufmacht, dass diese Kosten vom Bund getragen werden müssen. Für uns ist es letzten Endes völlig egal. Nochmal, wir machen als Kommunen, erledigen wir eine staatliche Aufgabe. Unser Ansprechpartner ist das Land. Das Land hat entschieden, dass diese Aufgabe durch die Landkreise und kreisfreien Städte erfüllt werden soll. Das Land könnte genauso gut auch sagen, sie machen das selber. Dann wären die Kosten auch beim Land. Dann würde ich mich trotzdem an die Seite des Landes stellen und sagen, der Bund muss das erstatten. Aber der Bund ist nicht mein Ansprechpartner, sondern mein Ansprechpartner ist die Landesregierung in Erfurt. Wenn wir für die Landesregierung jetzt diese Aufgabe erfüllen, dann muss die Landesregierung auch dafür sorgen, dass wir die Kosten erstattet bekommen. unabhängig von der Frage, ob das Land wiederum gegenüber dem Bund selber auch da Kostenerstattung gelten machen kann. Kann man? Ich war ja beim Flüchtlingsgipfel selber dabei. Wir haben es auch schon gesagt, konstatieren, man ist keinen Schritt weiter gekommen. Sie selber sagen, okay, wir haben im Landesverwaltungsamt gesagt, wir können niemanden mehr aufnehmen. Stand jetzt. Was passiert denn, wenn das Landesverwaltungsamt trotzdem einen Busch schickt? Das ist die spannende Frage. Ich bin auch nicht glücklich über diesen Fakt. Ich habe ja auch Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres mich noch relativ klar festgelegt und gesagt, ich werde nicht gegenüber dem Land einen politischen Aufnahmestopp verkünden. Der ist es auch nicht. Also ich habe nicht gesagt, wir können oder wollen, wir wollen nicht aufnehmen, war nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wir haben die Kapazität nicht. Wir könnten diese Kapazität schaffen. Ich bin auch überzeugt davon, dass es für unsere Region auch gut wäre, wenn wir die Kapazität hätten. Und ich bin auch überzeugt, dass es gut wäre für unsere Region, wenn Menschen hierher kommen. Unabhängig von der Frage, ob das Ukrainer oder Flüchtlinge oder Binnenmigranten aus anderen Bundesländern oder anderen Regionen sind. Wir brauchen Menschen, die bei uns in den Landkreis kommen, um hier sesshaft zu werden. Und das können wir im Moment einfach nicht umsetzen. Und das ist das Problem. Weil es gibt im Augenblick keine Lösung. Das ist genau das Risiko. Ich habe natürlich, nachdem ich mein Schreiben nach Weimar geschickt habe und in Vorbereitung auf den Flüchtlingsgipfel auch noch mal den einen oder anderen Landratskollegen oder die Kollegin angerufen und gefragt, wie dort die Situation ist. Und dann erlebt man, dass Kolleginnen oder Kollegen sagen, bei uns ist gar kein Problem, wir haben noch 40 Plätze. Wir bekommen aber im Moment jede Woche 35 Geflüchtete, die nicht Ukrainer sind, jedenfalls angekündigt, tatsächlich nicht umgesetzt, aber angekündigt. Und etwa alle 14 Tage auch noch mal Ukrainer dazu angekündigt. Und das ist eine Größenordnung, wo ich weiß, wenn mir jemand sagt, ich habe noch 40 Plätze, dann wird das nicht lange reichen. Und das ist eben genau das Risiko. Und das muss auch deutlich gemacht werden, dass wir ohne zusätzliche Kapazitäten diese Aufgabe in der Fläche nicht bewältigen werden. Das habe ich der Landesregierung vor sechs bis acht Wochen in Erfurt gesagt. Es gab seitdem keine Reaktion, wie es auf alle meine Schreiben aus dem letzten Jahr keine Reaktion gegeben hat. Und deshalb ist es nur eine logische Folge, jetzt zu sagen, wir können nicht mehr. Wo sind denn all die Schreiben hingekommen? Oder hingegangen, besser gesagt? Auch das ist ein ganzes Stück weit unterschiedlich. Es ist zum einen natürlich in Richtung Landesverwaltungsamt, weil das quasi die Arbeitsebene ist, um die Dinge so abzuwickeln. Aber es ist eben auch ins Migrationsministerium gegangen, damals noch an den Minister Dirk Adams. Es ist ans Bildungsministerium. gab es eine Kommunikation, weil es da um eine Liegenschaft im Bereich des Bildungsministeriums gegangen ist. Aber es sind auch Schreiben in die Staatsanzeige gegangen. Wie viele Briefe waren das, haben Sie gesagt? Also das sind mindestens vier gewesen. Vier Briefe und wie viele Antworten? Gar keine. So sieht es aus. Kein Ruhm ist platt für politische Kommunikation, oder? Ja, ich habe in so einer Konstellation ja auch die Frage, ob die mich nicht ernst nehmen. Und was ich an meiner Kommunikation ändern muss, um dort ernst genommen zu werden, weil das aus meiner Sicht zum guten Ton dazu gehört. Ich erwarte ja auch nicht, dass auf dem Schreiben eines Landrats es eine Antwort gibt, die mir nach dem Mund redet. Ich könnte auch damit leben, wenn die Landesregierung mir antwortet und sagt, Landrat, das ist eine schöne Anregung, die du uns da vorschlägst, aber wir greifen das nicht auf. Aber gar keine Reaktion darauf zu erhalten, das ist einfach unter aller Kanone. Ich habe es auch der neuen Ministerin, also das Schreiben an den damaligen Migrationsminister Adams, datiert aus dem August. Wir haben dann im Herbst nochmal die Frage aufgeworfen im Ministerium, was der mit dem Schreiben ist. Da gab es dann über den telefonischen Kontakt die Aussagen, na, wir kümmern uns nochmal, ihr bekommt eine Antwort. In der Vorweihnachtszeit wollte ich nicht draufhauen. Nach Weihnachten war Adams nicht mehr ein Minister. In der neuen Ministerin wollte ich es nicht gleich um die Ohren hauen. Wir haben aber bei einem Antrittsbesuch, den die Präsidentin des Landkreistags und meine Person mit dem Geschäftsführer zusammen dort gemacht haben, habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Brief unbeantwortet ist. Das war meiner Erinnerung nach Anfang März. Jetzt haben wir Mitte, Ende Mai und es gibt trotzdem keine Reaktion und das ist eben eigentlich ein Armutszeugnis. Frau Dienstedt, die neue Justiz- und Migrationsministerin, war ja auch beim Flüchtlingsgipfel. Ihr Eindruck? Ja, ich bin da sehr ernüchtert, was meinen Optimismus angeht. Ich bin ja ein Mensch, der auch nicht mit hinter dem Berg hält, dass ich fundamental Optimist bin. Und als der Name Doreen Dehnstedt durch die Gazetten geisterte bei der Frage der Nachfolge von Dirk Adams, gab es ja sehr schnell Reaktionen, die prognostiziert haben, dass sie das nicht können wird. Damals habe ich immer gesagt, lasst uns ihr die Chance geben, weil wir das nicht wissen. Und weil sie ja durchaus auch Punkte mitbringt, die es plausibel machen, warum die Grünen sich entschieden haben, sie als Ministerin zu nominieren und zur Ministerin zu machen. Die ersten 100 Tage sind rum. Sie hat auch öffentlich verlautbart, dass sie keine Schonfrist haben wird. Und ich muss eigentlich feststellen, dass ich den Eindruck habe, dass sie jedenfalls in der Aufgabe noch nicht angekommen ist. Und ich habe auch große Zweifel, dass das noch gelingen wird. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben Zweifel, dass das noch gehen wird, dass Sie mit der Performance der Thüringer Landesregierung nicht wirklich zufrieden sein können, das hat sich ja schon aus den vorhergehenden Antworten ergeben, aber am Ende des Tages, wenn dem Landkreis Kosten entstehen, für die er keine Erstattung bekommt, dann muss er, weil er ja keine eigenen Einnahmequellen hat, wohl oder übel die Kreisumlage der Kommunen erhöhen. Ist das dann das Ende vom Lied? Ne, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Vielleicht nochmal einen Nachsatz zum Thema Performance der Landesregierung und zum Flüchtlingsgipfel. Das war schon beeindruckend, die Performance, weil es waren alle drei Koalitionspartner da. Es war Doreen Dehnstedt von den Grünen fürs Migrationsministerium, es war Professor Hoff für die Staatskanzlei von den Linken und es war Georg Mayer als sozialdemokratischer Innenminister da. Und mich hat schon beeindruckt, wie Hoff und Mayer quasi in Solidarität in dieser Landesregierung versucht haben, die schlechte Performance der Migrationsministerin auszugleichen. Das hat an der einen oder anderen Stelle auch funktioniert, aber insgesamt ist es natürlich so, dass die federführende Ministerin hier ein ganz schlechtes Bild abgegeben hat. Zur Frage der Kreisumlage. Wir dürfen eben genau die Dinge nicht in einen Topf werfen. Im Moment kommen wir schon an unterschiedlichen Punkten zu Mehrausgaben. Das ist bei denjenigen, die da sind, wo die Pauschale, die wir pro Kopf erhalten, nicht auskömmlich ist. Da müssen wir uns irgendwann die Frage stellen, ob wir gegen diese Pauschale vielleicht auch das mal gerichtlich überprüfen lassen werden. Und der zweite Punkt ist Neuschaffung von Kapazitäten. Das machen wir im Moment genau gerade nicht. Wir haben den Bedarf ganz definitiv, aber es fallen eben keine Kosten an, weil wir diese Kapazitätserweiterung eben im Moment nicht in die Praxis umsetzen. Wo wäre die denn möglich im Landkreisgut? Und ich muss noch einen Nachsatz zum Thema Kreisumlage. Es ist uns untersagt, es aus der Kreisumlage zu nehmen, weil die Kreisumlage nur für die eigenen Aufgaben zulässig ist. Wenn wir also anfangen, Flüchtlingskosten aus Kreisumlage zu decken, werden dadurch die Kreisumlagebescheide anfechtbar. Das heißt, wir müssten dann befürchten, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegen unsere Kreisumlage vorgehen. Und auch das ist relevant, weil damit unser ganzer Kreishaushalt ins Wanken gerät. Das werden wir nicht tun. Und das heißt, das verschärft die Situation ja praktisch auch ein Stück weit, weil sie keinerlei Möglichkeit einer, bitte nicht falsch verstehen, Querfinanzierung hätte. So sieht es nämlich aus, genau. Ja, wo wären denn Kapazitätserwertungen möglich? Also die Erfahrung zeigt und auch die Diskussion, die Landratskolleginnen und Landratskollegen im Land ja auch führen, dass man wohl klug beraten sein dürfte, nicht zu sehr über ungelegte Eier zu sprechen. Wir haben etwa eine Handvoll Perspektiven, wo wir sagen, dort könnten wir Kapazitäten schaffen, jeweils in einer Größenordnung von etwa 100. Und da würde ich jetzt ungern über ungelegte Eier sprechen, weil wir sind ja wirklich weit entfernt davon, irgendwo in eine Umsetzung zu kommen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir alle Kapazitäten, die wir bisher vorhalten und die wir für die Zukunft schaffen müssten, dass wir die auch gut betrieben haben. Also es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, dass wir den Betrieb unserer Gemeinschaftsunterkünfte von privaten Dienstleistern in die eigenen Hände genommen haben, sie unsere eigenen kreislichen GmbH, der Internate im Landkreis Gotha GmbH, übertragen haben und damit ein viel engeres Verantwortungsverhältnis zwischen Landkreis und dem Durchführenden. Das ist schon bestritten, dass die Diskussionen darum damit auch aufhörten, die es vorher gab. Aber trotzdem ist es mir wichtig zu der Frage, wo wird das denn sein? Weil ich natürlich nicht jetzt irgendwie nach draußen das Signal senden will, ich rede nicht drüber, weil es kommt was ganz Schlimmes auf euch zu. Ich bin total guter Dinge, egal wo wir Menschen unterbringen werden. Wir wollen das ordentlich machen und wir kriegen es in der Regel auch hin, dass es ordentlich wird. Aber wie kommt denn die Frage draußen an? Sie sind ja auch unterwegs, mit draußen, meine ich, außerhalb des Amtes. Sie merken doch, dass die Leute, auch wenn es im Augenblick viele Probleme gibt, von der Energie bis zur Ukraine-Krise, natürlich wahrnehmen. Und wie nehmen Sie es aus Ihrer Sicht wahr? Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich natürlich auch diese Unterscheidung dem Volk aufs Maul schauen und den Menschen nach dem Mund reden, das klingt ein bisschen verwandt, ist aber was ganz dolle anderes. Und ich sehe mich schon auch in der Verantwortung, eben den Leuten zwar auf den Mund zu schauen, aufs Maul zu schauen, aber eben nicht nach dem Mund zu reden. Und deshalb auch gegenzuhalten, wenn es so eine Diskussion gibt, dass das ja alles ganz fürchterlich ist. Das nehme ich objektiv nicht wahr. Und in den Konstellationen, wo wir wirklich Menschen untergebracht haben, habe ich wirklich außer weniger Ausnahmen, wo es Situationen gibt, die nicht glücklich sind, schon auch den Eindruck, dass das im unmittelbaren Umfeld relativ reibungsarm funktioniert. Und so ganz grundsätzliche Diskussionen um die Frage, wie viel Geld bekommt ein Flüchtling, darf er arbeiten, darf er nicht arbeiten, warum wollen manche nicht arbeiten. Gerade aus dem Bereich der Ukrainerinnen kriege ich immer wieder gespiegelt, dass dort das Interesse, jetzt hier berufstätig zu werden, nicht so sehr ausgeprägt ist. Menschlich kann ich das an der einen oder anderen Stelle schon auch verstehen, weil wenn jemand sagt, ich bin bald wieder zu Hause, ich will bald wieder zu Hause sein, dann kann ich auch verstehen, dass das eine Hürde ist, dann zu sagen, okay, ich komme jetzt hier an und suche mir hier einen Job, weil ich bin ja bald wieder da. Schon der erste Bus letztes Jahr, der im März gekommen ist, zu der Frage, braucht ihr eine Wohnung oder seid ihr auf der Durchreise? Nein, ich brauche nur kurz eine Unterkunft, Ostern bin ich wieder zu Hause. Dass das damals schon eine Prognose gewesen ist, die wahrscheinlich viel, viel, viel zu optimistisch gewesen ist, das Gefühl hatte ich schon in der Situation, als ich das so mitbekommen habe. Trotzdem steckt da ja auch ein Gefühl drin bei denjenigen, die ankommen. Das ist für mich menschlich nachvollziehbar. Und deshalb gibt es halt in diesem Konglomerat von Fragestellen ganz viele Dinge, die halt auch aus Unkenntnis oder bewusster Steuerung draußen auch gestreut werden. Da bin ich nicht glücklich drüber, aber ich bin auch weit davon entfernt, das jetzt alles so für bare Münze zu nehmen, was da manchmal am Stammtisch auch gesprochen wird. Es ist natürlich kein Gewinnerthema im Augenblick, trotz alledem. Und es gibt ja Parteien, die sich auf den relativ populistischen Grad zurückziehen. Man muss einfach die Asylproblematik hart an den Außengrenzen lösen und dann würde sich jedes Problem von alleine lösen. Ist dem so? Ja, das ist jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, wo man tief in der Asylpolitik drin ist. Und die stellt sich für mich als Landrat ja nicht in diese Intensität, weil ich diese Fragen nicht zu beantworten habe, sondern ich bin quasi am Ende der Futterkette und bin quasi ausführendes Organ mit den Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung und all denen, die das ansonsten noch stemmen. Trotzdem gibt es da eine grundsätzliche Position, die auch nicht jetzt sich erst gebildet hat, seit ich Landrat bin, sondern die ich vorher schon auch sehr deutlich hatte, dass wir meiner Meinung nach die unterschiedlichen Gründe für Migration auch ein Stück weit auseinandernehmen müssen. Meine Wahrnehmung ist, dass die Bundespolitik das erkannt hat und dort in die richtige Richtung denkt, nämlich Zuwanderung und das Thema von Zuwanderung zu trennen von der Frage von Asyl und Schutzgesuchen, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich denke, wir dürfen den Leuten nicht nur diesen Weg über das Asyl nach Deutschland öffnen, sondern wir müssen Wege schaffen, dass die Menschen sich aus ihrer Heimat heraus auf einem legalen Wege hier für eine Einwanderung stark machen. Und dann haben wir genau diese Diskussion, dass wir das Asylrecht europäisch lösen müssen, das ist sicherlich auch unbestritten, aber Zuwanderung nach Deutschland dann ein anderes Thema ist. Also das muss anders organisiert werden. Aber wir kommen mal zurück. Die Forderungen sind gut und schön. Ich sehe keinem Fortkommen. Darüber haben wir schon geredet. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich habe vermisst bei dem Gipfel ganz ehrlich ein wie auch immer geartetes Ergebnis, auf dem man aufbauen könnte. Ja, also man erlebt mich an der Stelle ein Stück weit auch, ich weiß gar nicht, in einer Mischung aus Rat und Fassungslosigkeit, weil ich eben nicht wahrnehme, dass es der Landesregierung gelingt, tatsächlich hier den Knoten zu durchschlagen. Da kann es innerhalb der Landesregierung Gründe dafür geben, aber auch das ist ein Thema, was für mich außen nicht relevant ist, sondern es ist eine Aufgabe im Migrationsministerium oder für Migrationszuständigen Ministerium. Vielleicht muss man auch die Frage nochmal aufwerfen, ob es dort, wo es jetzt im Moment ist, an der richtigen Stelle ist. Die Frage kann man ja vielleicht auch nochmal stellen. Aber es geht einfach darum, Lösungen zu schaffen. Der Ball liegt im Feld der Landesregierung. Wir haben alles gesagt. Ich habe auch mit meiner Mitteilung, dass der Landkreis Gotha im Moment keine Unterkunftskapazitäten mehr hat. Vielleicht auch das nochmal, weil wir haben Sporthallen genutzt über einen langen Zeitraum. Dafür musste ich auch den Rücken gerade machen und habe da auch aus unterschiedlichen Richtungen Kritik für einstecken müssen, habe aber trotzdem hinter dieser Entscheidung gestanden, weil für mich völlig klar war, in einer Ad-Hoc-Situation, in der es wirklich auch eine Notsituation gibt, muss man solche Möglichkeiten nutzen. Aber es kann nicht die Dauerlösung sein. Deshalb haben wir von den vier Hallen, die wir genutzt haben, drei wieder zurückfahren können. Eine leider immer noch nicht. Aber es muss langfristige Lösungen geben. Das ist mitgeteilt. Mehr kann ich auch an dieser Stelle nicht tun. Ich bin gespannt, ob es nicht dem einen oder anderen Landkreis jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ähnlich gehen wird wie uns, dass man die Erkenntnis haben wird, dass keine nennenswerte Kapazität mehr zu schaffen ist. Und das wird das Problem für das Land noch deutlich erhöhen. Aber es liegt im Bereich der Landesregierung. Diese Lösung zu schaffen, ist Aufgabe der Landesregierung. Und wir können meiner Meinung nach auch nicht mehr tun, als die Bedarfe hier darzustellen. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie streiten wie die Kesselflicker. Es geht auch nicht um den Streit als Selbstzweck. Sondern es geht darum, dass wir von der Landesregierung erwarten, dass eine Lösung geschaffen wird. Aber mehr als das auch in dieser Deutlichkeit zu formulieren, können wir eigentlich auch nicht mehr tun. Und sich die Frage erübrigt, wie es weitergeht. Das wäre eine Frage, die Sie den Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung stellen müssten. Allen voran natürlich dem Zuständigen. Ich glaube, die allerletzte Frage, ich meine, aus der Thüringer Landesregierung, könnte natürlich auch dann gesagt werden, okay, da müssen halt die Sporthallen wieder her. Also wir sind im übertragenen Wirkungskreis. Die Landesregierung könnte uns im Grunde sogar anweisen, ob das bei den Sporthallen auch geht, ist eine andere Frage. Aber das ist genau das, was ich meinte mit der Frage, welche Antwort bekomme ich auf meine Schreiben in Richtung Erfurt und Weimar. Mir geht es nicht darum, dass ich immer nur Antworten bekommen möchte, die mir gefallen. Die Landesregierung kann meiner Meinung nach auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das kann sie auch tun. Dann sollen sie uns das mitteilen und dann setzen wir es auch um. Dann stehen wir es auch im gemeinsamen Verständnis auch miteinander durch. Aber diese Nichtreaktion ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen. Dann das Thema, egal ob das Thema gelöst wurde oder nicht, es wird ja in den Wahlkampf einbezogen werden, oder? Da muss man von ausgehen. Das ist ja auch das, was jetzt meiner Meinung nach schon stattfindet. Unabhängig von der Frage, ob das Wahlkampf ist oder nicht, meine ich schon, dass es auch Bereiche im politischen Kontext gibt, die ein Interesse daran haben, aufzuwiegeln. Das ist für mich sehr deutlich erkennbar. Ich betrachte das auch mit Sorge. Unterm Strich meine ich für den Landkreis Gotha festhalten zu können, dass bei allem, was dazu auch aufgewiegelt diskutiert wird, haben wir das in den letzten Monaten sehr erfolgreich gelöst. Und wir werden das auch weiter erfolgreich lösen, weil wir wollen diese, wie viele andere Fragen auch, gut lösen. Wir können das auch, wenn wir von der Landesregierung in die Möglichkeiten dazu versetzt werden. Und dann bin ich mir sicher, wird es keine große Diskussion im Wahlkampf mehr geben. Ono Eckhardt, Landrat des Landkreises Gotha, zur aktuellen Situation der Flüchtlingsproblematik und zu den Ergebnissen des zweiten Thüringer Flüchtlingsgipfels in der vergangenen Woche in Waltershausen. Danke für das Gespräch. Ich hoffe, Sie waren genauso interessiert daran wie ich. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.